Guten Tag und herzlich Willkommen mein lieben Freunde zu Minecraft Speed und ja, ich bin aus dem Urlaub zurück und das ist gut und das ist gut und das ist richtig gut und ja, ich würd sagen, ab in die Runde. So, wir sind in der Runde, ich nenne das Kritz, Enderman und ich hab ja gesehen, es gibt ja, eh, Badmose, weil ich war im Urlaub, ich konnte aber nicht mehr mitverfolgen und das Spiel hin und mein, äh, Spielerrand ist weg und perfekt bezüglich der Natur, wie hier schon ist, supi, so, 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 so und und ein deutlich besser so viel ist als ich dann was soll ich da machen eigentlich Arthunde was scheint Ok, dann bin ich wohl tot. So und wir sind direkt in der nächste Runde und mal gucken nach was wir so machen können. Und dann bringt es uns auch das Ende wieder was geschnitten. Ok, das war schon mal wieder komplett. Ich wollte eigentlich schon mal den Dienst ausziehen. Aber dann habe ich die Enderperler ausgezogen. Hä? Und das ist halt ganz komisch. So, wir haben dann noch einen Sternschrank gewähnt. Ich nehme sie jetzt direkt mal mit. So, jetzt haben wir die Enderperler trotzdem. Aber wir haben gar keine Glück. Und das ist Kacke. Vielleicht haben wir hier noch ein bisschen Eisen. Perfekt. Ähm. Ähm. Da mal schnell die Werkbank hin. Und drop the news. Okay. Perfekt. Und die können wir auch zum ersten. Geht nach dem, den wir uns sehr abgeben. Okay, Leute. So, wir müssen doch unterpicken. Oh, mein Gott. Jetzt hat er zu mir auch vorgeschrieben. Ja, moin. Es geht mit ihm so ab. Das ist jetzt hier erstmal schön alles. Anziehen. Ich hab ja Zeit. Ich hab ja Zeit. Ich hab jetzt Kacke. Äh. Was wär jetzt Kacke. Nicht jetzt. Oh nein. Nein. Ich muss erstmal wieder. Ich glaub ich rankommen. So. Was brauchen wir noch? Also da war schon jemand. Äh. Ja gut, ne. Ähm. Okay. Da sind wir. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Er kommt einfach. Er kommt. Was ist ein Drecksack? Ich hab's. Ich hab's. Ähm. Jetzt mal nächste Runde. So. Nächste Runde. Und ich hab's gesehen. Der Tänk. Das Tänk hat jetzt besser. Dink. Wir haben jetzt auch. Wir haben jetzt die Diamantenstube von. Dink. Dink. Ähm. Asafine bekommen. Und Asafine hat dann. Irgendwas anderes. Und ich hab's hinbekommen. Jetzt hätte ich nur noch richtig. Die Dink. Wir müssen. So. Schon mal alles anziehen. Schon mal alles anziehen. So. 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 Und. So. 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 st in der Karte k k k k die Städte Kondermann und schon und k haupt k k k k k Prozent Prozent okay das war es dann mit dem Video ich bedanke mich zu schauen war jetzt so ein kleines aber ja gut vielleicht auch ein längeres könnte ein bisschen sein um ja auf jeden Fall was mit dem Video und und übrigens heute kommt gleich noch mein Gott